Wir beginnen den zweiten Teil über das Thema Immunologie im Rahmen der Serie über Psychoneuroimmunologie. Wir haben den ersten Teil beendet mit der Frage nach verschiedenen Immunantworten. Und hier frage ich wieder unseren Professor Hockertz, was heisst das? Verschiedene Immunantworten. Es gibt doch ein Immunsystem und das hält uns gesund. Wenn wir tatsächlich nur eine Antwort hätten, dann wären wir in der Evolution schon der Vernichtung zum Opfer gefallen. Also es ist ganz sicher so, dass wir verschiedene Immunantworten kennen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel mal zusammenfassen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Antikörper ein Virus erkennt oder eine virusinfizierte Zelle erkennt, diese Information dann weiterträgt und die virusinfizierte Zelle durch eine Zusammenarbeit von Substanzen abgetötet wird. Komplement nennt sich diese Substanzgruppe. Das ist aber nur eine Form der Abwehr. Wir haben viele verschiedene, so wie es verschiedene Kommissariate bei der Polizei gibt, so gibt es auch verschiedene Arten des Immunsystems. Zum Beispiel zytotoxische T-Zellen, die in der Lage sind, virusinfizierte Zellen zu erkennen, wenn zum Beispiel der Antikörper nicht richtig funktioniert. Das ist in einer uns aktuell beschäftigenden Infektion genau der Fall. Auf der anderen Seite ein fremdes Protein wiederum in uns wird ausschließlich eine Antikörperproduktion hervorrufen. Dann gibt es noch die Makrophagen, die unspezifisch so etwas wegfressen können, die auch Meldung machen, dass etwas Fremdes vorliegt. Also wir verfügen über eine Vielzahl verschiedener Abwehrmechanismen, die wir dann zusammenfassen im Begriff Immunsystem. Aber es ist eben nicht nur ein Immunsystem, sondern es sind verschiedene Teile, die auch wieder miteinander zu kombinieren sind. Kann man das vergleichen mit einer Armee, oder? Das kann man vergleichen, genau. Artillerie, Luftwaffe, je nachdem, woher der Feind kommt, ist eine andere Abteilung zuständig. Ja, nicht nur woher er kommt, sondern ich bin der Auffassung, dass das Immunsystem in unserem Organismus unglaublich effizient ist. Und das Erkennen von Effizienz ist eines der wichtigsten Punkte, was das Immunsystem macht, um dann die Waffen, wir bleiben mal in dem Bild, so effizient wie möglich einzusetzen. Ich höre oft von Patienten, dass sie gesagt haben, sie sind informiert vom Arzt oder haben es selber herausgefunden, man kann das Immunsystem gar nicht beeinflussen. Die Leute möchten ja gerne ein starkes Immunsystem haben. Wir wollen gesund sein, wir wollen Abwehrstoffe haben. Ist das möglich? Kann man sein Immunsystem verbessern? Man kann es auf zwei Wegen verbessern. Also wenn ein Arzt sagt, wir können das Immunsystem nicht stärken, dann irrt er gewaltig. Oder er hat es nicht gelernt, wer weiß. Auf jeden Fall ist es falsch. Wir können das Immunsystem sogar prophylaktisch, also vorbeugend, aktivieren und stärken. Das tun wir zum Beispiel mit Substanzen wie Zink, wie mit Vitamin D in der dunklen Jahreszeit zum Beispiel. Substanzen, die das Immunsystem einfach für sich in der Erhaltung seiner Leistung benötigt. Und wir können es natürlich nutzen oder wir können eine Aktivierung hervorrufen, dadurch, dass wir bei einem Infekt, bei einer Belastung das Immunsystem stärken. Wiederum immer, wie ich auch zu Anfang schon gesagt habe, das Ganze mit Augenmaß, dass wir eben keinen Zytokinsturm hervorrufen, dass wir keine Autoimmunität verursachen, sondern dass wir das Immunsystem gezielt in einen höheren Wachsamkeitsstatus bekommen. Das ist in Ordnung. Aber können wir selber einen Zytokinsturm auslösen? Also wir selber können das, ein Zytokinsturm ist eine solch massive Reaktion, die können wir selber nicht auslösen. Was wir aber selber auslösen können, und jetzt kommen wir natürlich in diesen Begriff Psychoneuroimmunologie hinein, ist, dass es unserem Immunsystem in diesem gesamten Makrosystem, in unserem Organismus gut geht. Dafür können wir schon Sorge tragen, indem wir entweder Spurenelemente oder Substanzen zuführen oder auch wir in unserer Psyche und in unserem Nervensystem uns wohlfühlen. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Schon, aber könnte es sein, dass ich, wenn ich zu viel dieser natürlichen Substanzen nehme, mein Immunsystem überfordere und damit selber eine autoimmune Krankheit an mir auslöse? Also bei den natürlichen Substanzen, wenn wir jetzt von Vitalstoffen sprechen, dann ist das nach meinem Dafürhalten auszuschließen. Denn mit den Vitalstoffen machen wir, so denke ich, genau das, was ich vorhin gefordert habe. Mit Augenmaß, sanft das Immunsystem in eine Richtung bewegen und es nicht irgendwo hinschubsen. Und brutal sozusagen hier mit einer chemischen Substanz eine glatte Überforderung zu produzieren. Ich glaube, dass gerade in dem Vitalstoffsektor wir dieses sorgfältige mit Augenmaß, was das Immunsystem benötigt, eher durchführen, als wenn wir mit Immunadjuvantien arbeiten, zum Teil mit Chemikalien arbeiten, die völlig unkontrolliert in dieses komplexe Schema eingreifen und es dann entweder zu einem starken Abbruch, also zu einer Suppression, aber auch zu einer Überforderung führen kann. Wenn mein Immunsystem stark ist, ich alles dafür tue, auch Sport treibe, mich gesund ernähre, die richtigen Substanzen nehme, kann ich dann noch krank werden? Theoretisch, nein. Theoretisch ist es so, dass ich, wenn mein Immunsystem gut aufgebaut ist, wenn ich es stärke, ich den meisten Krankheiten aus dem Wege gehen kann. Also Infektionen, wenn wir von Infektionskrankheiten sprechen, dann ist das schon richtig. Ich denke, ein schönes Beispiel ist die Oberfläche unserer Lunge. Während wir hier sprechen, atmen wir ständig ein und aus und da wir nicht in einem Rheinraum uns befinden, sondern in einem ganz gewöhnlichen Raum, so ist diese Luft hier erfüllt mit Viren, mit Bakterien, mit Pilzen, Pilzsporen auch und unsere Lungenoberfläche ist ja so aufgebaut, das ist ja das beste Habitat, was man sich wünschen darf. Wir haben 37 Grad, es ist ständig feucht, sodass alles, was wir einatmen, sofort anwachsen könnte. Wenn wir jetzt die Lunge spülen, es gibt also bei den Pulmonologen durchaus die Möglichkeit, einen Teil der Lunge zu spülen, indem man sterile Flüssigkeit einführt und sie sofort wieder absaugt, dann stellt man fest, dass diese Flüssigkeit, dass es die Lungenoberfläche damit steril ist. Das ist ein Wunder, ein Stück weit ein Wunder, weil wir ja mit jedem Atemzug Fremdkörper eintransportieren und das zeigt, wie effizient das Immunsystem der Lunge ist. Also heisst das, diese Lungenflüssigkeit eliminiert diese eingeatmeten Keime augenblicklich? Im Grunde sind es die Alveolar-Makrophagen, die die Hauptarbeit leisten, die sich in dieser Lungenflüssigkeit, also in Surfactant, auf der Oberfläche befinden. Die brauchen ja sozusagen eine Ebene, auf der sie sich bewegen können. Und im Grunde ist das einzig und allein nur Alveolar-Makrophagen, die in der Lage sind, eine einzige Art der Abwehr, wir haben auf der Lungenoberfläche keine Antikörper, die liegen sozusagen dann im Lungengewebe dahinter gelagert, falls mal was durchkommt. Aber im Grunde ist es eine einzige Abwehr, die in der Lage ist, ein ganzes Fussballfeld in der Grösse, wenn wir die Lunge auseinanderfalten würden, sind wir fast in der Größenordnung, steril zu halten in der Oberfläche, bei 37 Grad und Feuchtigkeit. Nochmals zurück zu meiner Frage. Auch wenn ich ein top ausgebautes Immunsystem habe, aber ich bin in einem Bus, wo die Leute husten und ich werde beschossen mit Milliarden von Viren. Das kann mich ja trotzdem erwischen. Sicher, wieder Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Irgendwann ist natürlich die Belastung so groß, dass das beste Immunsystem Schwierigkeiten hat, damit klar fertig zu werden. Aber können wir davon ausgehen, dass der Verlauf dann milder ist? Wir können davon ausgehen, dass der Verlauf milder sein kann, weil wir sozusagen fit sind. Wir können auch davon ausgehen, dass die Chance zu erkranken deutlich geringer ist. Dann möchten jetzt unsere Zuhörer wissen, wie wir unser Immunsystem stärken können. Ja, die Antwort würde ich gerne sozusagen dir bitten, die Antwort zu geben, weil das ist sehr vielseitig. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe Substanzen, die dort eine Rolle spielen. Aber wir sollten auch immer unterscheiden zwischen der Förderung prophylaktisch und der, wenn eine Immunantwort tatsächlich auch gefragt ist. Aber das ist jetzt genau der Punkt. Wir waren ja schon bei den Vitalstoffen angelangt, dass die dieses Augenmaß offensichtlich besitzen, welches wir mit chemischen Substanzen und pharmazeutischen Substanzen möglicherweise nicht haben. Welche Vitalstoffe könntest du denn empfehlen aus deiner Praxis? Also es sind immer wieder die gleichen, auch für Psyche, für die Nerven. Auch beim Immunsystem brauchen nur Vitamin D, Omega 3 und Magnesium. Das sind die drei Grundsubstanzen. Ohne die ein Immunsystem sich nicht aufbauen kann. Das ist einfach meine Erfahrung. Beim Vitamin D genügen die üblichen 800 Einheiten, die empfohlen werden bei weitem nicht. Ich empfehle allen Erwachsenen 4000 Einheiten täglich. Nicht irgendeine grosse Menge monatlich zu nehmen, sondern möglichst täglich, weil der Metabolismus von Vitamin D, es gibt Metaboliten, die eben auch nur eine kurze Halbezeit haben von ein paar Stunden und die müssen täglich gefüttert werden. Ebenso wichtig sind weitere Spurenelemente wie Selen und Zink. Das gehört einfach dazu. Nicht nur das Immunsystem, viele andere Organe brauchen das auch. Die Schilddrüse kann ohne alle diese Substanzen auch nicht leben. Also diese fünf, ich sage es nochmals auf, Vitamin D, Omega 3, Magnesium, Selen und Zink, das ist die Basis, die ich allen Menschen empfehle. Wenn man das zu sich nimmt den ganzen Winter, dann hat man eine grosse Chance, nicht der Kälte, keine Grippe, nicht so zu bekommen. Und wenn man es trotzdem bekommt, dann milder. Es gibt sicherlich noch pflanzliche Substanzen. Mir fällt immer spontan Echinazin ein, welches bekannt ist, dass es das Immunsystem stärkt, spezifisch das, das unspezifisch. Also die Makrophagen und die Gondolozyten werden dadurch besonders gestärkt. Das ist so etwas, was mir noch zusätzlich einfällt. Vitamin C natürlich. Ja, genau, das war jetzt nicht erschöpfend. Das ist nur eine Basis, jetzt kommt das Haus drauf. Okay. Also du hast recht, die Echinacea ist hervorragend. Es gibt ja aber Studien, die sagen, man sollte das nicht länger als drei, vier Wochen nehmen oder lieber erst, wenn man richtig krank ist. Vitamin C selbstverständlich jederzeit. Alle Vitamine, auch B-Vitamine usw. Es gibt entzündungshemmende oder vorbeugende Substanzen wie OPC, Kurkoma, Grüntee. Das sind, ja. Ich glaube, so vielseitig wie das Immunsystem ist, so vielseitig sind die Anknüpfungspunkte, wo man Substanzen einwirken lassen könnte. Welche Erfahrungen hast du mit Reishi gemacht? Weißt du, im Bereich Entzündungshemmung haben wir sehr viele Möglichkeiten. Reishi ist ein guter Entzündungshemmer. Auch ein Tumorhemmer. Also Reishi, es gehört eben eher zu den teuren, und deswegen ist es nicht unbedingt an erster Stelle, aber von der Funktion her, absolut. Wie auch Weihrauch. Und daneben die Pro-Anthozyanidine, die sind unglaublich gut in der Vorbeugung oder auch in der Heilung. Wenn man krank ist, das ist meine Empfehlung, oder was ich selber mache, dann greife ich sofort zu Artemisium. Artemisium ist eine Pflanze. Antiviral, ich weiss es nicht haargenau, die ist wissenschaftlich schon untersucht, aber natürlich nicht so gut wie ein Medikament. Aber es hilft fast immer. Das ist meine praktische Erfahrung, auch bei mir selber. Also wenn ich merke, ich bekomme Fieber, das spürt man ja, die Haut beginnt zu kribbeln. Und sobald ich merke, ich werde krank, dann nehme ich vier Kapseln Artemisium oder fünf Gramm aufs Mal. Und dann jede zwei Stunden wieder zwei. Und meine Erfahrung bisher war, eine Grippe dauert zwei bis drei Tage anstatt zehn. Ja. Ja, ich denke schon, dass wir genauso, wie wir die Vielfalt des Immunsystems erklärt haben, es denke ich auch eine Vielfalt oder eine grosse Vielfalt gibt, wie wir verschiedene Bereiche des Immunsystems vernünftig stärken können. Und ich glaube, dass wir da ganz einig sind, dass wir mit Weihrauch, mit Reishi, mit Löwenzahn, mit Braunalgen, wir glaube ich, eine ganz grosse Möglichkeit haben, sanft, mit Augenmaß, das Immunsystem sozusagen immer ein wenig zu triggern, damit es mit den täglichen Anforderungen auch gut fertig wird. Und alle diese Substanzen in physiologischen Mengen genommen, wie wir sie auch so anbieten, die sind nebenwirkungsfrei, das ist noch ein wichtiger Punkt. Man muss keine Angst haben. Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber jetzt nehme ich schon drei oder vier Substanzen, darf ich noch eine mehr dazu nehmen? In der Natur gibt es keine Interaktionen, fast keine. Jedenfalls in diesem Bereich muss man sich keine Sorgen machen. Vielen Dank.